Musik Eine Spinne. Ich mag keine Spinnen. Ich hasse Spinnen. So, wie viel Holz habe ich? Alter, ich habe hier... Tausend verschiedene Seeds. Ah, fuck. Die Baumseeds behalte ich. Chili Pepper. Kann ich die eigentlich so einpflanzen, oder geht das nicht? Nein. Nein, das geht nicht. So, wie baue ich denn mein Haus am besten? Ich hätte gern, dass das eigentlich im Wasser steht. Hm. Dafür brauche ich mal ganz normale Baumstämme. Hä? Ist hier irgendwie ein Fehler, wenn ich das jetzt abbaue? Ist das ein normales Eichenholz, oder verstehe ich da was falsch? So, ich baue das nochmal kurz ab. Fichtenholz, ja. Sagen ich doch. Hm, ich glaube, ich bleibe beim Fichtenholz. Irgendwo hier ist ein Skelett, das grad abfackelt. Ja, komm, dann baue ich mir mal ein Haus ausfichtenholz. Warum nicht? Krass, das geht ja aber mega schnell weg hier. Das find ich gut. So, ähm. Zehn Stück. Dann pflanze ich mal hier hinten auf dem Arsenal ein. Arsenal. Na, da hat man doch nur ruhiges Gewissen. Ich bin einfach mal so ein Enderman. Ein Endermann. Wobei, ich schaue, so Tiere werde ich erstmal keine töten, aber was essen muss ich. So, ähm. Fichtenholz. So, wie mache ich das am besten? Wenn ich mir sage, so. Hier, eins, zwei. So. Kann ich das so lassen oder eher nicht? Na toll. Drei. So, und hier kommt dann, was weiß ich denn. So, ähm. So. Okay, Fichtenholz. Ähm, ich muss gerade mal überlegen, wie baue ich denn mein Haus überhaupt? So, ich gucke einfach mal. So, ähm. Oh Gott. Das wird aber hier ein hart Stück Arbeit. Wir haben ja nichts. Haben wir... Ah, wir haben kein Skelett getötet. Hier irgendwo ist ein Skelett, aber das ist wahrscheinlich wieder unter uns. So. Zack, zack, zack. 20. So, und dann. Eins, zwei, drei. Wohl drei reichen, ne? Drei reichen. Ah, ne, der hätte stehenbleiben können. So. Na, komm. So, Freunde, jetzt. Wir haben leider keine Holz mehr. Ah, warte, hab ich denn ein Stück... Ah, wir könnten uns aber Stöcke machen. Dann können wir uns ein paar Leitern machen. Das müsste erst mal reichen. Komm ich denn irgendwo hin? Komm ich denn irgendwo hin? So, ähm. Ich brauche... Ah, komm. Nehmen wir mal hier Holz. Ne, das kann nicht sein. So, und dann können wir uns hier nämlich... Ähm, ein paar Rohstoffe... Tut mir leid, wenn ich manchmal so ein bisschen wenig rede. So ein paar... Rohstoffe rausholen. Wir könnten auch theoretisch hier einfach so einen Weg runterbauen, immer. So. Geil, Eisen. Ähm. Wer schießt auf mich? Okay. Wir nehmen mich hier wie so ein kleines Lager erst mal. Jetzt habe ich ja schon mal einen Ofen. Jetzt kann ich mir endlich mal Fleisch braten. So, wo baue ich denn die Küche hin? Komm, die Küche baue ich am besten einfach mal hier hin. Ähm, Pflasterstein. Und dann habe ich mir gedacht, baue ich einfach so ganz viele verschiedene Räume dran. Die dann immer verschieden geschmückt sind. Hier kommt ja, wie gesagt, mein Fenster rein. Da kommt mein Fenster rein. Und hier mal ein Crafting Table. Genau. Ähm. Ofen. Ah komm, machen wir direkt mal einen zweiten. So. Ähm. Dann muss ich hier nochmal runter. Wir brauchen nämlich Glas. Oh nein. Nein, 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 nein. Und wo sind wir nochmal gekommen? Wir sind auch hier runtergefallen Ich bin da oben, fuck Ah, jetzt muss ich das gute Holz nehmen Geh weg, geh weg, geh weg Ich bin im Wasser Oh, fuck, mir passiert nichts Geh weg Mann, warum muss mir nicht immer so ein Blödsinn passieren? War da irgendwo Kohle, da war Kohle, da wollte ich auch hin Ähm So, das wird dann einfach unsere kleine, spontane Mine Mann, diese blöden scheiß Creeper So, wenn ich den... Ne, da ist Boden, ne? Vielleicht wenigstens mal ein bisschen Ein bisschen Holz So Ähm Kohle Fleisch Das Bett Ich stelle einfach erstmal hier rein Ähm, hallo Danke Ja, Freunde, ich bin gespannt, wie es wird Ich hoffe, wir haben da irgendwann mal so ein Riesenhaus stehen Was immer wieder verweitet wird in alle Richtungen Ähm 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 Fang ich auch schon so an So, zack Fleisch ist schon fertig So, ähm Stein Nein, haben wir natürlich sehr viel Aber egal So Ah, egal, wir haben Knochenmehl So, dann können wir uns nämlich jetzt da hinten Die Bäume Ach, die kommen mir schon Ähm Toll Nein Alter Genau sechs Stück Du kannst mich mal So, was wollte ich machen Ach genau, ich wollte mir jetzt erstmal eine Hake bauen Damit ich hier ein bisschen Weizen anbauen kann Ihr könnt hier mal eure Meinung da lassen Wie ihr das findet Ob ich das hier gut mache Oder lieber anders Wenn ich hier so meine kleine Bastion aufbaue So, ein bisschen brauchen wir noch So So Aha Vier Weil ich dachte mir hier so auf einer einsamen Insel Schön mit Kühen Das könnte ja was werden So, jetzt brauchen wir nur noch eine Hake Ah gut, weil ich das ganze Holz weggebrochen habe vorhin Ich denke immer voraus, wie ihr merkt Yay Ach, jetzt können wir uns aber eine Hake bauen Stein kriegen wir unten eh Ja, ähm Wenn ihr irgendwann mal Themen habt, worüber ich reden soll Ähm Ach So Was mache ich falsch Ähm Nein, das geht nicht mit normalem Stein Ah, was ist das denn hier? Schneeglöckchen-Samen So, wir müssen nochmal in die Hölle Alter Moment Bevor ich das jetzt wieder versaufe So Jetzt können wir hier runter Dann einfach mal hier so in die Richtung Ich soll ich heute weiter runter, ne? Ähm Ähm Ich soll mich das Ding mal hier zubauen So, wir brauchen eh eine Menge Stein Wir bräuchten auch Fackeln, wenn nicht schlecht Ah, Freunde Das wird nicht einfach hier Aber sehr Ach, doch Das war doch nicht klein Stimmt ja Ja, ich dachte Das wäre ziemlich klein Nur ich habe vergessen Das Die waren ja noch so extra Wege Eisen So, noch mehr Eisen Tut mir leid, wenn ihr gerade nichts seht Was ist denn da? Zinn-Erz Warum nicht? Sagte der Vater Als er die Mutter Hops genommen hat Was ist das denn? So sah Kohle früher mal aus Und das ist Ach, was ist das denn? Ähm Was ist das? Hm Okay So Boah, wir brauchen unbedingt Fackeln Was war das nochmal? Ach, das war ja Bernstein Genau Wenigstens habe ich diese Wir hatten doch noch irgendwo eine Mühle Bin ich denn bescheuert? Die war doch da hinten Da, genau Die ist etwas größer Oh, die müssen wir auch noch komplett zubauen Kupfererz Tot Schade Ich dachte was Kohle Ja Ich wollte eigentlich nicht Ach Toll Nicht so weit nach Kohle gerade Ähm So Gehen wir erstmal zu unseren Verlorenen Truhe da Ernsthaft? Ich kann hier nichts einsammeln Aber noch ein bisschen Holz Ähm Dann brauche ich noch eine Truhe Oh Mann, oh Mann Das kann sich nur noch um Jahre handeln Ah Schöne Truhe Muss ich sagen Schade Ähm Was anderes Ich habe Genau Eine Steinhake Huch Ähm So Und dann kann ich hier in meinen Ofen Zack Ähm Peace Oh Chili Pepper Chili Pfeffer Würde ich auf jeden Fall haben Das Chili Pfeffer ist gut Freunde Ist gut So Dann habe ich hier Bee Beete Tomaten Nehm ich auf jeden Fall mit Ähm Winter Ne Mustad Raun Reis Nehmen wir auch mal mit Tee Sweet Potato Warum nicht Sellerie Peanut Seed Ja komm Lassen wir die erstmal so Das kommt da rein Und das kommt da rein Ich habe hier auch nichts doppelt Ne Aber auch gar nichts doppelt So Ähm 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 Dann baue ich mir einfach hier irgendwo ein kleines Beet dran Dann baue ich mir einfach hier irgendwo ein kleines Beet dran Ja wir haben hier unten runter glaube ich Zombies Oh Nur wo Ja das ist ja auch schnurzpiepegal So Kann ich den jetzt einfach Ah das geht Ah cool das steht sogar mit Wachstum So und zu guter Letzt Die Bäume sind auch gut Jod Die können wir jetzt ernten Dem Bambus noch nicht So ein bisschen Stein Da können wir den Nimm ich den noch mit Zack Und 16 Stein Eisen haben wir auch schon Und Zinnerz Aber ich weiß es nicht ne Oh Schweinefleisch Sollte Ah das ist jetzt eh weg Das ist ja nicht schlimm So Freunde der Nacht Werden ein paar Bäume gefällt Ah ich bin hier ganz zufrieden mit der kleinen Insel Nimm mal gehen wir dann mal auf Entdeckungstour Rüste ich mich jetzt hier erstmal ein bisschen auf Und dann mal sehen ne Was hier noch so alles kommen wird Uh Mystisch Ne ne Also du Kommst noch mit So Was ist echt geil das wieder die Kühe haben Äh Baumstämme Ah komm mit dem Baumstämme Das können wir ja später machen Oder machen wir ja später 100% 100% 100% 100% So und dann Kommt hier direkt mal zu Auf der anderen Seite genau das gleiche Ähm Oh Ähm Ja Zu 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 Komm Stellen wir das erstmal hier provisorisch hin So und dann müssen wir ja eigentlich nicht Wir können ja eigentlich auch hier Ähm Hier so Und dann machen wir hier einfach so ein Ähm Hä Warum Ah ok Ja ja Ne ne Schon gut Das kommt weg Und hier kommt eins dran So baue ich da einfach mal so ein Haus Die Räume sind schon arschklein hier Oh Muss ich mal überlegen Weil die sind ja wirklich klein Die sind süß Ah warte ne Das muss glaube ich noch Auf jeden Fall So So dicht ans Wasser direkt Ja doch komm Aber ein bisschen größer müssten die Räume schon sein Weil so klein Natürlich auch nicht schön So Freunde Wir gehen erstmal schlafen Dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Minecraft Horizon Oder Horizon Ich glaube Horizon Horizon hört sich gut an Ja ich hoffe die Folge hat euch wieder gefallen Und dann würde ich sagen Bis zum nächsten Mal Freunde Macht's gut Tschüss 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 Vielen Dank.